dann übelst du die FPS wie möchtest? geil oder? aber theoretisch müsste es dabei kaputt gehen das fände ich noch viel lustiger ja ich mag die Katze, die Katze ist toll der Tiger, nicht dass es hier zur Verwechslung kommt krasse Katze die kann jetzt hier die Base hochlaufen oder was? Hilfe was? ja seht ihr das? ja ich bin grad irgendwie noch nix hochgerannt und dann runtergerutscht ja, hab ich gesehen und was blöde ist, wenn du mit der schlägst die hat irgendwie einen Hitboxfehler du triffst keine Gertiere das muss man auch anpassen hey rama ey, guck da auf so eine Größe, ey ja, ne? werd mal kurz stehen ok, wir wollen das erst mal zurück ja, nice, ok warte mal einfach so äh, deinen Stunny der sabbert hier unten, unten und dein Stargate jo, willst du mal? äh, ich hab grad nen Ausland, ich warte ok, das machst du er kriegt aber doch Falsschaden kannst du mal da hochlaufen? wo? die Base und du hast da jetzt dann gewählt? mhm, ja ok ok manchmal ist das ein bisschen läge hier krass verrückt nice nice ok, genug geguckt zurück an die Arbeit ich guck immer nach ich guck immer nach öhm, öhm öhm kannst du auch im Flug das nächste Ding, äh, greifen? ja also ich krieg jetzt guck mal, so sehen wir was raus äh, die Turrets waren irgendwo für bestimmt mhm ok für die Base sag mal, wie, 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 wie groß ist wie groß ist denn der neue Tiger? ist der so groß wie der alte, oder? mehr wie der Bär oh, ok man kann die an die, äh, Wand parken alter echt? ja ey, wie, wie krank ist denn die Katze bitte? hab ich doch gesagt, die ist geil man sieht von innen die Pfoten oh, wir brauchen ganz viele von diesen Dingern äh, ja ach, da packt sie das ist voll geil alter, wie krass ist das Vieh aber bist du da jetzt abgestiegen? ja genau, land, land, sag mal die Werte, komm mal runter ich will die mir mal angucken warte 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 ich will die mal direkt neben den anderen Tiger bitte alter, wie viel Stamina hat der jetzt schon 1400 ungelevelt das ist die 130er, ihr habt, äh, warte mal, das ist die von David, ne? ihr habt auch noch ne andere ja ne, das ist die hier 4.480 leben, alter alter Schwede boah, das Ding ist übelst OP was hat denn die für milli damage werde? also Basisschaden ja also der hat das kurzmorgen leider noch nicht sehen also der hat jetzt hier 237, ey, und der ist ungelevelt, das ist ok, wir müssen, ähm, ja ich bin fast dafür, dass wir weiter suchen nach Katzen erstmal, ey ja, das Problem ist, die machen im Moment null Schaden wie null? ja, weil die Headbox, äh, buggy ist die Headbox ist buggy achso, und die teilen selber keinen Schaden aus, oder? genau und das wurde jetzt noch nicht gepatcht mit dem Neustadt? ich weiß nicht wir haben ja keine Neustadt gemacht ich wollte ja, dass, dass eine Neustadt gemacht wird, aber mal achso, hätte doch machen können naja ähm, kann ich mich mal ganz kurz draufsetzen, laden? ja, natürlich ich will nur noch mal ganz klar so gehen ok, wie kann ich klettern? äh, gedrückt lassen einmal springen und gedrückt lassen ok alter das ist total krank, man komm mal ne Grapplinghook sozusagen und kassiert weniger Fallschaden ah, das trocken sie nicht hoch, ok doch, am Rahmen ne, doch kriegt, kriegt Fallschaden am Rahmen kommst du hoch ok, warte mal, da muss man von der Seite ran, hä? yo das ist nicht der Regen gewesen sorry das sieht manchmal komisch aus, ne? so, wenn die Animation, wenn die stoppt und so, aber ok ok äh, krass ist wie auf jeden Fall, vor allem die Werbe sind halt heftig, weil ich weiß nicht, habt ihr die jetzt schon auf Leben geskillt? ne, ist noch unwissin levelt also hatte die Basismäßig, muss man jetzt dazu sagen, die ist 120 gewesen, ne? 116 116 116 116 André, ich hab gewusst, dass du es beim dritten Versuch schaffst das ist ich hab mit dem Kopf dagegen gehauen äh Könnt ihr die Werte in die Katze reinschreiben? damit wir die nachher noch wissen hab ich schon, hab ich schon hab ich schon also ich hab mein... ich steh auf die neuen Viecher ich auch also mit Movement Speed macht das sogar noch mehr Spaß ja ich bin jetzt bei 159 ok, ne, machen wir auf nicht überhaupt so ne Katze haben wir werden erst ne Katze umsuchen ok und äh wir hauen uns einfach auf den Beforscht da können wir euch einfach auf den Beforscht, das dauert noch so lange hm ne, ne, auf Schnappi, ich geh auf Schnappi und Schnappi hat, glaub ich, keinen Fisch mehr ne, Schnappi verliert ne, das ist Barbara Paracel ist abgeladen? also irgendjemand müsste Barbara mal was zu essen geben so, ich geh mal mit Barbara Fisch holen übrigens brauchen wir noch Spoilt Meat, weil ein Schnappi ist 700 Spoilt Meat drin, ne? ja, gern kann man in die Base holen hm hm ich hau zwar einen ich bin die Band alles klar dankeschön hm hm Äh, Momwolf, wir können dann gleich mal die Augen offen halten wegen besserem Vogel. Ich hätte gerne noch, also weiß ich nicht, die sind halt total gut. Meiner Meinung nach der beste Dino zum Verteidigen und auch dann. Ja, ich packe mir dann nur mal ein paar Darts mehr ein. Ja, genau. Lass mal so 100 plus Darts mitnehmen. Jeder. Ja, ja. Ich packe mir auch noch mal welche ein. 91 habe ich jetzt 92. So, äh, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich dann noch machen? Ja, ich wollte Schnappi leer wollen. Ich kann mich ja gleich mal los machen. Dankeschön. Dank, Beetle. Äh, das andere, das kann dann jemand schon mal anfangen, die komischen Turretblumen, die wir machen, mit Metall auszufallen. Mhm. Hier in der anderen Smithy, da ist schon mal ein bisschen Zeug. Alles klar. Hm, wie ein Frosch. Ich glaub, damit müsste ich ja durchkommen. Ist in jeder Hülle in Dank, Beetle, oder gibt's welche, wo besonders gut welche sind? Eigentlich in jeder, glaub ich. Also die Neuen... Eigentlich auch, doch. Die müssten auch. Obwohl die am Vulkan, aber da sind auch so... die Fledermäuse so eklig, richtig? Äh, die, ähm, du meinst hier auf der Insel? Ja, nee, hier, äh, beim Vulkan. Lava. Ja, Lava. Äh, nee, die beim... Das ist nicht Lava. Das ist, beim Vulkan ist, ist Wasser. Achso, du meinst, achso, unten die Vulkanhülle, ja klar. Also da, da findest du auf jeden Fall welche, ja. Ja, aber da sind auch Fledermäuse. Ja, aber die sind meistens schon ziemlich am Anfang. Fledermäuse sind meistens, ähm, ja, weiter drin. Ja, ich geh mal hin. Ich lösche, jump mal dahin. Hm. Da hab ich die mit dem Maxima damals geholt, ja. Hm. Das brauch ich zum Zim Kacke, oder? Hm. Genau. Wer hat eine scheiß Frise? Ich nicht. Und Slaspis gerade noch auf einem Ruck. Hallo? Ich bin voll der Zoffelkopf. Aha. Jetzt wird das schon wieder dunkel, man. Ehrlich? Ehrlich? Ehh. Ehh. Ich muss nicht nochmal mit den anderen Tribes absprechen, ich bin fast dafür, die Nacht zu beschleunigen. Micheli wird's auf den Sack. Nervt auch die Zuschauer. Also ein bisschen Nacht ist okay, aber reingeführt ist irgendwie ständig Nacht. Wie ist eigentlich überhaupt jetzt, äh, Pupsen? Zett? Nicht mehr Zett. Nee, bei mir ist es nicht Zett. Dann Pupsen, Alter. Pupsen. Kann mir mal, kann mir einer ne Fackel bitte machen? Cool, dankeschön. Ja, mach ich dir. Ich mach dir gerade eine. Danke. Ich packe hier nicht ein bisschen. Danke. Also alle, die so ein bisschen unterwegs sind, sei es jetzt Ressourcenfarmen oder was auch immer, äh, wir gucken jetzt nach Katzen und nach großen Vögeln und, ja, das ist vor allem Priorität so. Also ich hätte ja fast nur lieber neue große Vögel, äh, anstatt Katzen, aber Katzen, ich auch Katzen. Und ich gehe auch gar nicht auf der Zufall. Und Schnappis. Das Problem ist noch, wenn es dunkel ist, dann sieht man trotzdem nicht sehr viel mehr, auch mit Fackeln. Wobei, ich muss einfach die Bäume andeuchten. Ich hoffe, dass ich da hoch genug gucke. Das ist total behindert, ich muss jetzt jeden einzelnen Baum angucken, äh, also rangehen und dann andeuchten mit der Fackel. Hier ist ne Katze, nein, hier ist ein Spieler. Hier ist ein Spieler mit ner Katze. Habe ich den an oder nicht? Der tamet die doch bestimmt gerade, oder? Kann sein. Wo bist du? Der hat ne Katze getamed. Bist du gerade mit, äh, Pechvogeln unterwegs? Nö. Dann komme ich mit dem Pechvogel vorbei, wo ist er? Uh, rennt er ins Wasser? Äh, beamen kannst du mal sagen, wo du bist? Nö, kann ich gerade nicht. Vielleicht hat er die Katze noch nicht getamed dann. Ja, dann können wir ihn halt töten, die Katze dann. Die haben nicht echt... Aber kann die doch ponern? Alter, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Habe ich ne irgendeine... Ich hab keine vernünftige Waffe, ich hab ne Rocket Launcher. Man kann die doch bullern, die Schnabbis. Okay, das macht die ja deutlich schlechter. Hä, wieso komme ich nicht mehr drauf? Wieder. Okay, habt ihr gehört? Man kann die Schnabbis doch bohlen. Jo. Das ist ja super behindert. Also hier ist keine Katze. Ich weiß nicht, ob die dem gehört hat oder nicht. Kein Plan. Kann ich nicht sagen. Was ist so dunkel, ey? Übel, ne? Hier nix. Das geht voll auf die Augen, ey. Wo läuft so'n Vogel? Also der Typ ist über alle Berge. Die Katze sehe ich auch nicht mehr. Ich glaube, die hat schon zu dem gehört. Ich weiß es nicht. Ah. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Und mit ihm gehad. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020